Hey Leute, wir sind hier bei der Verkehrswacht und hinter mir steht der Gurtschlitten. Da werden wir jetzt einen Aufpeil simulieren mit der Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern. Ich bin ehrlich gesagt schon etwas nervös, bin gespannt wie sich das jetzt genau anfühlen wird. Dann, let's go! Los geht's! Hallo! Hallo! Nimm bitte Platz und schnall dich bitte an. Jetzt wollen wir einmal den Gurtschlitten hochziehen und den Aufpeil simulieren. Musik 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 Also ich habe nicht gedacht, dass da so eine heftige Wucht im Spiel sein wird und stell es mir in einem Ernstfall überhaupt nicht witzig vor. Nee, und das waren gerade mal 50 Stundenkilometer und bei mehr möchte ich da drüben nicht sitzen. Also auf jeden Fall immer anschnallen. Ja, auf jeden Fall.